schalom leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar der einen info video was ich euch heute erklären will ist ja wie ich was auf meinen kanal in zukunft kommen wird nun ja erst mal die ganzen formate die jetzt neu sind es werden mehr von dem kamil titio videos sind habe ich schon eins jetzt rausgepfeffert und dann wird auch noch kommen lasst mich nicht lügen let's play standard let's play gameplays werden kommen und dann auch noch all you can play jetzt erstmal zu kamil titio und all you can play eine kleine klärung kamil titio ist das war wo ich erkläre es eigentlich sowas wie ein how to könnt ihr euch glaube denken wenn euch das erste video anschaut und all you can play das ist für alle leute die gerne sowas gucken dass man keine ahnung wo man sich zurücklehnt und einfach mal leuten zuhört beim keine ahnung irgendwas spielen irgendein mist labern und all you can play ist eigentlich immer mit freunden was beziehungsweise durcheinander irgendwas gespielt und entsteht eigentlich bloß aus dem prinzip hey komm wir nehmen irgendwas auf ja das ist all you can play let's play ist normal kennt jeder gameplay auch normal und ja gewinnspiele werden auch kommen wenn ich irgendwas zum verschenken habe was ich auch lohnen würde zum beispiel vielleicht ein spiel oder so keine ahnung werdet ihr schon sehen ja das war es eigentlich mit allen infos die ich euch heute geben wollte mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen nein gibt es nicht also schauen leute auf wiedersehen